hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal eddie smart home ja nachdem ich im letzten video das thema go to rtc behandelt habe wurde ich von einigen zuschauern gefragt ob ich mir schon mal den on fifth adapter angesehen habe denn mit ihm würden sich das live bild der kamera auch sehr einfach in die iobroker bis einbinden lassen und das ganze ohne irgendwelche aufwendigen befehle bzw irgendeine aufwendigen installation und ja ich habe mir den on fifth adapter mal angeschaut und was soll ich sagen ja es stimmt man bekommt damit die bilder in den iobroker aber der fokus liegt auf anderen sachen außerdem lassen sich nur bilder und keine videos in den iobroker einbinden dafür wird weiterhin go to rtc oder ähnliche software benötigt der fokus bei go to rtc liegt ja darauf dass man den video stream in einen web browser freundliches protokoll umwandelt und beim on fifth adapter liegt der fokus auf der ptz einbindung bzw der steuerung einer ptz fähigen kamera und das abgreifen von kamerasignalen oder informationen wie zum beispiel den bewegungsmelder beziehungsweise dem alarm und ähnliches und es um es dann in den iobroker weiter zu verarbeiten für was er sich sonst noch sehr gut eignet ist um ein bild beziehungsweise ein snapshot per telegram zu verschicken ich habe das ganze zwar schon mal in einem video gezeigt wie das ganze funktioniert aber der on fifth adapter stellt das ganze ohne viel aufwand auch zur verfügung aber einige leute haben dennoch probleme beziehungsweise haben mich gefragt ob ich zeigen könnte wie man bilder vom on fifth adapter oder per telegram verschicken kann das ganze ist zwar ganz gut dokumentiert aber viele können mit dem javascript nichts anfangen und fragen nach einer block die lösung also falls ihr den on fifth adapter noch nicht kennen solltet oder ihr gerne wissen wollte wie ihr das kamerabild in die iobroker bis einbinden könnt oder wie ihr bei einem bewegungs alarm euch ein bild zu schicken lassen können dann bleibt dran nach einem kurzen intro geht es los und ich zeige euch wie das ganze funktioniert schön dass sie dran geblieben seid okay bevor ich euch zeige wie ihr den adapter installiert und konfiguriert und wie ihr dann per telegram bilder verschicken könnt oder in die iobroker bis einbinden könnt möchte ich noch mal kurz erwähnen dass es sich bei dem adapter haben wie der name schon sagt um etwas handelt das on fifth heißt wie die genaue definition von on fifth ist könnt ihr gerne google fragen grob gesagt handelt es sich um ein protokoll dass eure kamera können muss nur dann könnt ihr den adapter verwenden ob eure kamera das protokoll unterstützt müsst ihr halt der betriebsanleitung oder den kamera spezifikation entnehmen oder halt wieder google fragen das problem mit on fifth ist aber dass es verschiedene versionen gibt und nicht immer alles was man gerne hätte per on fifth auch zur verfügung gestellt bekommt heißt nicht alle funktionen und features einer kamera müssen per on fifth weitergegeben werden das nun noch mal am rande erwähnt das ist wichtig zu wissen okay dann würde ich sagen legen wir los und ich zeige euch zuerst mal die installation und die basis konfiguration des adapters und dann wie ihr bilder per telegram verschickt und wir das ganze in die iobroker bis einbindet okay dann wechseln wir auf den computer und machen dort weiter okay dann schauen wir uns den on fifth adapter mal an also wir öffnen unseren iobroker gehen in die adapter liste und suchen nach on fifth sollte jetzt keine große hürde sein installieren das ganze bei mir war schon runtergeladen deswegen wird das jetzt relativ fix gehen installiert ist es die weboberfläche öffnet sich und als erstes müssen wir den benutzernamen und das passwort einer kamera eingeben die wir einbinden möchten falls wir mehrere kameras haben mit unterschiedlichen benutzernamen und passwörtern müssen wir diesen schritt mehrmals wiederholen okay ich trage zuerst mal meine kamera daten ein oder zugangsdaten dann könnt ihr hier noch mal den ip bereich einstellen wo sich eure kameras befinden ich mache das mal so hier und hier auf der rechten seite werden die ports angegeben normalerweise sind das hier die on fifth ports falls eure kamera auf einem anderen port kommuniziert müsst ihr den halt hier eintragen dann empfehle ich euch falls ihr die kamera bilder per telegramm verschicken wollt dann aktiviert hier den server macht den haken hier bei verwendung von quellen mit hoher auflösung aktiviert das ganze auch und das hier habe ich bei mir standardmäßig auch aktiviert zudem hier habe ich in der beschreibung nichts gefunden was das hier bedeuten sollte ich habe es dennoch mal aktiviert okay wir speichern einfach auf speichern drücken dann startet der adapter neu sucht das netzwerk nach unfiff fähigen kameras ab und sobald er welche gefunden hat sollten die unter objekte auftauchen das heißt ihr bekommt einen ordner mit dem namen unfiff und dann sollten sich dort eure unfiff fähigen kameras befinden die mit diesem benutzernamen und dem passwort was ihr angelegt habt mit denen er auf die zugreifen konnte bei mir hatte jetzt zwei unfiff fähige geräte wie gesagt gefunden und hier gibt es jetzt mehrere unterordner mit informationen zu eurer kamera die wohl interessantesten sind hier wahrscheinlich die events hier müsst ihr ein bisschen darauf achten jede kamera stellt andere datenpunkte zur verfügung deswegen wird es bei euch anders aussehen wie bei mir aber wichtig bei mir zum beispiel ist dieser datenpunkt hier der signalisiert mir dass die kamera eine bewegung festgestellt hat und setzt dann diesen datenpunkt hier auf true beziehungsweise auf falls je nachdem ob eine bewegung erkannt wurde oder nicht und genauso hier mit diesen motion detector oder mit irgendwelchen anderen also wie gesagt das entspricht meiner kamera muss aber nicht auf eure kamera zutreffen hier unter infos haben wir auch noch etwas interessantes und zwar die stream urls hier findet ihr die diversen streams die eure kamera zur verfügung stellt unter anderem auch so eine snapshot url aber hier muss man ein bisschen aufpassen normalerweise braucht man ja einen benutzernamen und ein passwort um auf diese url zuzugreifen und dann lässt sich das ganze nicht ohne weiteres in den iobroker einbinden aber einfach damit ihr wisst dass es die mal gibt außerdem gibt es hier noch so sachen wie ptz steuerung damit ich bei mir keine ptz fähige kamera habe kann ich dazu jetzt nicht wirklich viel sagen oder zeigen aber was ich euch zeigen kann befindet sich hier unter remote und zwar diese snapshot geschichte beziehungsweise wenn man das kamera bild in den iobroker oder per telegram verschicken lassen möchte okay als erstes müssen wir hier diesen button einmal betätigen damit ein datenpunkt erzeugt wird wo das kamera bild gespeichert wird also einfach draufklicken eine sekunde warten und dann seht ihr hier wurde jetzt einen datenpunkt erzeugt und dort ist dann der aktuelle snapshot eurer kamera hinterlegt den ihr dann per telegramm verschicken können oder was auch immer damit machen wollt aber der ist nicht dafür da um ihn in die iobroker bis einzubinden das ist auch wichtig zu wissen steht explizit auch in der bedienungsanleitung zu diesem adapter okay dann würde ich sagen gucken wir uns mal kurz an was ihr mit diesem snapshot anstellen könnt und dazu gehen wir mal in den javascript adapter und dort zeige ich euch wie ihr das bild von diesem snapshot per telegramm verschicken könnt okay wir erstellen uns ein neues block ich habe hier schon mal das ganze ausgewählt dann geht ihr als erstes hier auf der linken seite auf funktionen und wählt dass sie aus javascript funktionen ändern das ganze hier mal oder vergeben dem namen ich sage hier einfach mal bild verschicken klicken auf die drei punkte und fügen folgendes javascript ein keine angst ihr müsst es nur einmal machen ist nichts besonderes ihr könnt alles so lassen ihr könnt das hier abändern hier sollte natürlich nicht youtube motion alarm stehen sondern da schreibt die inken titel rein den ihr wollt das ist einfach nur ich sag mal der untertitel von dem bild was geschickt wird könnt rein schreiben was ihr wollt einzige was ihr abändern müsst sind diese 3x hier kommt der kamera namen bzw der datenpunkt eurer kamera dazu geht ihr mal in die objekte rein und eure kamera hat ja einen bestimmten namen in meinem fall ist es der hier den können wir uns mal kopieren müssen ihn uns nicht merken wechseln wieder in den javascript adapter tragen dass hier ein löschen das hier denn das brauchen wir nicht wir möchten einfach nur die 192 also die ip und den port und mehr müsst ihr nicht machen außer vielleicht mal telegram adapter installieren falls der noch nicht installiert ist sagen safe und dann holen wir uns hier diesen baustein raus das ist diese funktion und wenn ihr das ganze verschickt haben möchte wenn eine bewegung erkannt wurde dann braucht ihr noch den träger das bedeutet wir holen uns hier den träger baustein wählen hier den datenpunkt vom onpfiff adapter der und signalisierte dass gerade eine bewegung erkannt wurde in meinem fall ist es dass hier motion alarm der würde ja dann auf true wechseln wenn eine bewegung erkannt wurde und dann würde er uns dieses bild verschicken da ich jetzt den alarm nicht manuell auslösen kann weil die kamera nicht in meiner nähe ist mache ich folgendermaßen ich setze den baustein einfach nach oben sagt speichern das block die läuft schon und sobald ich das mache wird ein bild erzeugt und wird dann hier auf dem handy angezeigt wie ihr seht ist angekommen und wenn ich das ganze noch mal wiederhole ich mal noch mal wiederholen halte das hier noch mal rein neustart bild wird erzeugt und neues bild wird gleich geschickt und das bild ist da also mehr müsst ihr nicht machen ihr könnt dann natürlich hier tun und lassen was ihr wollt aber das ist eine einfache möglichkeit wie ihr das ganze per block realisieren könnt okay dann würde ich sagen gucken wir uns jetzt noch mal schnell die einbindung des bildes in die iobroker wissen in der iobroker wissen gibt es jetzt zwei möglichkeiten das bild der kamera reinzubringen möglichkeit nummer eins ist hier mit diesem basic image das heißt auf der linken seite ist es dieses widget hier und dort tragt ihr einfach die ip-adresse eures iobrokers ein mit dem dazugehörigen port diesen port zeige ich euch noch mal kurz das ist der port den ihr hier eingegeben habt also in den instanzen oder in den on 5 adapter konfiguration haben wir diesen port hier angegeben und den verwenden wir halt hier und hier dahinter folgt halt wieder der datenpunkt name beziehungsweise der name der kamera in dem on 5 adapter sowie vorhin für das javascript tragen das hier ein und sagen wie häufig sich das bild aktualisieren soll also wir möchten dass es sich jede sekunde einmal aktualisiert tragen hier also 100 millisekunden ein außerdem empfehle ich euch auch noch dass sie an zu haken und dass sie an zu haken falls ihr diesen wert hier zum beispiel auf 10.000 stellen solltet möglichkeit nummer zwei ist das ganze über dieses widget hier zu machen also string image source im widget das findet ihr ein bisschen weiter runter auf der linken seite das ist dieses widget gehört zu den basic widgets und sollte bei euch auch dabei sein und hier könnt ihr jetzt den fahrt von dem snapshot bild hinterlegen in der adapter erstellt wichtig dieses bild wird nur aktualisiert wenn ihr es manuell triggert oder per block leer oder ähnliches nur dann wird das bild aktualisiert um das zu simulieren habe ich hier so eine button erstellte den wir dann betätigen können und dann wird das bild hier aktualisiert bei dem button handelt es sich um diesen button da ich es nicht aussprechen kann lasse ich es lieber der ist bei mir relativ weit unten das ist das hier button state den zieht ihr einfach rein tragt hier einen namen ein hier habe ich true eingetragen und dann verweist ihr hier auf den datenpunkt den der ein snapshot erzeugt wieso auch immer das funktioniert bei mir nicht sehr zuverlässig ich bekomme ab und zu mal ein paar fehler im adapter deswegen ist mit vorsicht zu genießen aber das ist eine möglichkeit so testen wir das ganze mal so das hier ist jetzt das bild das wir vorhin hinzugefügt haben das wird jede sekunde aktualisiert ist schwarz weil ich das ganze geschwärzt habe da ich das nicht möchte dass dass ich ihr das seht und das hier ist das bild das per button aktualisiert wird das heißt wir greifen hier auf diesen datenpunkt hier zu sobald dieser button hier gedrückt wird wird dieses bild hier aktualisiert und wir bekommen ein aktualisiertes bild auf unserer vis angezeigt das funktioniert wie gesagt nicht zu 100 prozent ich weiß nicht genau woran es liegt jetzt zum beispiel hat es nicht funktioniert nochmal jetzt wurde es aktualisiert es wurde eine neue datei reingeschrieben und ich bin mir nicht sicher woran es liegt das habe ich noch nicht rausgefunden aber vielleicht weiß es ja einer von euch der kann es dann in die kommentarspalte schreiben ansonsten das ganze würde dann auch mit diesem button funktionieren aber genauso wie mit diesem knopf funktioniert das hier auch nicht zu 100 prozent betätigen wir mal testen was mal vielleicht klappt es jetzt hat es nicht geklappt jetzt hat es geklappt ihr habt gesehen dass hier wurde grün die zeit hat sich geändert und funktioniert also so könnt ihr das kamerabild in eure vis einbringen das ist jetzt nur ein snapshot und kein live video das heißt ihr habt so stockende bewegungen aber das ist sehr ressourcen schonend und in den meisten fällen reicht das auch ansonsten ich habe euch jetzt gezeigt wie ihr das bild rein bekommt wie ihr das ganze per telegramm verschicken könnt und wie die ptz steuerung funktioniert oder ähnliches kann ich euch leider nicht zeigen da ich keine ptz fähige kamera habe aber ich hoffe dennoch dass ich euch mit dem video weiterhelfen konnte in diesem sinne bis zum nächsten mal macht's gut und viel spaß mit dem onpfiff adapter